UNTERTITELUNG DC. Grenade in der Polizei Werner komm wieder her. Komm Werner weiter weiter Es ist so löcherlich ahí. Du f�tr на?! Komm mal, ihr wisst, wir schreit uns zu uns! Hey! Weiter, Männer! Komm! Hey, weiter! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Weiter, Jungs! Aufgezogen! Hey, süß! Schau mal, wie sie da stehen! Haben wir das nicht auch gemacht? Wir haben ja vielleicht zweimal gemacht. Gekas, gekas, gekas! Gekas, gekas! Hör mich gar nicht! 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 Hör mich! Hör ich gar nicht! Auf dem Weg! Hör mich gar nicht! Hör mich gar nicht! Gegen her! Weiter, Kinder, Ad automatic wir! Holy cow! Alle kommen nun! Weiter, Junge! Weiter, Junge! Weiter, Junge! Weiter, Junge! Weiter, Schule! Das geht nicht unten noch, geht noch. Jawohl! Bitte, bitte, Tuch! Komm! Waaah! Nein! Hey! 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 Es ist schwer zu sagen, wir hatten uns viel vorgenommen, vielleicht waren wir am Anfang ein bisschen nervös, aber umso länger das Spiel ging, umso besser kamen wir rein und dann haben wir gekämpft, noch mehr gefeitet und dann haben wir gemerkt, es geht was, deshalb vielleicht auch, weil wir gesehen haben, Nürnberg macht auch Fehler und ich glaube, das ist der Grund, warum es dann vielleicht erst in der zweiten Halbzeit so gut lief. Abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen!